Moin Moin und herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei deinem Smart Home Kanal mit dem Mittwochs News und am Wochenende den Reviews zu vielen, vielen Smart Home Themen. Ja, wenn dich das interessiert und du mich so machen willst, dann freue ich mich über ein Abo, die Glocke nicht vergessen und natürlich am Ende des Videos ein Däumchen. Kommentare sind übrigens auch hilfreich, auch zu Themen entsprechend, wenn du noch irgendwas wissen möchtest. Heute geht es zum Beispiel um diverse Google Tablets, die auslaufen, den Home Assistant Button Shelly. Ja, da haben wir auch noch was zu Switchboards und tolle News für Nuki und 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 deswegen würde ich sagen, legen wir los. So wie immer starten wir mit ein bisschen Matter Sachen und hier geht es leider Gottes los hier mit dem Merus Plug. Der war ja vorbestellbar. Ich habe die US-Variante hier genauso wie eben die EU-Variante und mittlerweile viel in meiner Community auch. Ich habe die erste Variante zum Glück, das heißt die erste Charge und ja, leider Gottes, schauen wir einfach mal hier. Hier ist es wohl so, dass zwei Batch Numbers hier mit der 2302 und der 2303 entsprechend wohl ein Problem haben. Safety Risk steht da. Das heißt, wenn du die auch bestellt haben solltest, ja, schau auf jeden Fall nach und du kannst dir entsprechend dann das Geld auszahlen lassen oder natürlich einen Ersatz beschaffen lassen. Ja, ist natürlich wieder ein bisschen schade, aber gut, da kann natürlich Matter irgendwie nichts dafür. Als zweites schauen wir natürlich wie immer auf die CSA-Seite und es gab ja ein paar Stimmen, die gefordert haben, solange eine Firma oder eine Institution, sage ich mal, hier noch nicht vertreten ist, wird das sowieso nichts. Und zwar Tuya. Und das soll ich sagen, es wurde erhört und es sind wirklich jede Menge Tuya-Dinge zertifiziert. Und schaust du hier. Ja, geht schon hier los. RGB-CCT, das heißt DIM-Sachen, dann LED-Kunverter, jede Menge Sachen hier auch noch weiter. Door-Sensoren, Extended-Color-Light und das geht auch mit der nächsten Seite weiter. Extended-Color-Light und, und, und. Also du siehst es, jede Menge in dieser Richtung. Also auch da geht es los. Tuya legt jetzt auch endlich einen richtigen Start hin und deswegen sind wir mal gespannt. Ja, hoffen wir mal, dass Meta-Technik da demnächst noch ein bisschen mehr passieren wird. Eine der besten Türklingeln, die ich ja bisher getestet habe, war die von Riolink. Und ich zeige dir auch gleich nochmal die neue Riolink-Integration. Die ist nämlich wirklich auch Hammer. Riolink bietet RTSP-String, OnWiV-Standard und vieles, vieles mehr. Aber es haben so einige Dinge gefehlt, die gefordert wurden. Zum Beispiel auch, ja, direkt, wenn denn geklingelt wurde, dass das zum Beispiel bei der Amazon-Quasselbüchse angezeigt wurde. Das heißt ein Echo Show beispielsweise. Das war ja jetzt irgendwie so den Ringkampf irgendwie vorbehalten und das soll dann auch gehen. Ja, Home Assistant hat mir gesagt, ich soll updaten. Habe das Update gesucht und was soll ich sagen, leider, leider gab es wohl ein kleines Problemchen. Also ein Bug gehe ich mal von aus. Schaust du einfach mal hier. Ja, und hier sehen wir eben eine neue Firmware. Und diese neue Firmware, machen wir das mal ganz kurz zu hier, hat wirklich jede Menge tolle neue Features. Das heißt, du siehst es, Google Home und, ja, Amazons Quasselbüchse, Play Your Doorbell in the Smart Home Now. Das heißt, du kannst jetzt wirklich, ja, die als zusätzliche Chimes benutzen. Das ist wirklich eine schöne Sache. Ja, Live View jetzt bei Google Home, Wake Up by Voice und Notification. Und auch, ja, die Amazons Quasselbüchse, Live View Two-Way Audio, Wake Up by Voice. Da bin ich echt mal gespannt. Leider kann ich es, wie gesagt, ja im Moment nicht testen. Oder ich will es nicht testen. Ich hätte das tatsächlich sogar hier. Zwei Wege Audio mit RTSP. Und auch hier Doorbell Ringing Volume, was man jetzt machen kann. Und etwas, was auch in meiner Community und ich und viele andere gefordert hatten, war das hier. Cool, dass sie wirklich auf alle hören. Ja, Auto and Always On at Night. Das heißt, jetzt kannst du das Ganze hier, das leuchtet ja entsprechend, dann auch wirklich in der Nacht komplett anlassen. Also, du siehst es, jede Menge schöne Sachen, die dazugekommen sind. Da kann ich wirklich nicht klagen. In der Frame, ja, Black and White, Color Switching, hier Threshold. Ja, also von dem her wirklich schön. Aber, was soll ich sagen, je weiter wir nach unten scrollen, ja, desto mehr Probleme scheint es da eben zu geben. Da ist cool. Aber, wo kommt es? Da sind die ersten Warnings und auch das Problem, still no Webpage, broke my Home Assistant Plugin. Das ist eben das, warum ich es noch nicht gemacht habe. Aber auf jeden Fall wirklich schöne Sachen. Ja, vor allen Dingen, wenn sie denn dann endlich funktionieren. Und ich hoffe mal, demnächst das Update rauskommt. Also, da kann ich wirklich schon mal ein Däumchen nach oben geben. Auf dieses Update freue ich mich. Und jetzt schauen wir nochmal wirklich Home Assistant rein. Denn auch wirklich das neue Plugin für Home Assistant, Rio Link, das ist wirklich so cool geworden. Und ich zeige dir das mal anhand einer anderen Kamera von mir. So schauen wir hier mal anhand der Track-Mix Kamera. Denn die hat natürlich mehr zu bieten. Hat natürlich auch PTZ-Steuerung. Und die ist hier auch gegeben, wie du siehst. Das heißt, du kannst hier die Presets auswählen. Zum Beispiel, da habe ich nur ein Left Down, Right Stop Up, wie sich das gehört. Kannst Record, kannst die Sirene einstellen. Kannst einen Zoom einstellen. Ein Guard kannst du einstellen. Ob die Flood Light an oder aus sein soll. Und auch hier entsprechend natürlich die Streams abrufen. Klar, ob Motion da ist, Personenerkennung, Pad-Erkennung. Ja, und natürlich die Auto-Erkennung. Also alles da, so wie sich das gehört. Und das ist meiner Meinung nach eine der wirklich besten Integrationen, die es eigentlich so gibt für Kameras. Das da ist eigentlich wirklich ein tolles Teil. Du siehst es, es ist ein Tablet im Stand drin mit Lautsprecher. Und viel mehr kannst du auch nutzen, wie du hier siehst, für Home Assistant etc. Da wird das hauptsächlich gemacht. Bei uns, ja, im Esszimmer ist eine schöne Sache soweit. Tablet ist ein bisschen langsam, aber okay, funktioniert es soweit. Aber das Problem bei Nelovo-Geräten, ich habe hier auch noch ein weiteres Google-Gerät, ein Display-Gerät. Ja, die kriegen keine Updates. Und das ist wirklich problematisch. Und was soll ich sagen? Jetzt hat noch Google dazu gesagt. Ja, die Fremdhersteller-Displays kriegen jetzt demnächst auch keine Updates mehr. Das heißt, ja, Google Duo zum Beispiel, wenn du demnächst nochmal chatten möchtest damit, könnte das auch problematisch sein. Und das ist etwas, das finde ich sehr, sehr schade. Ich denke mal, dass dann das Google Display, also das Tablet dieses Jahr, was kommen wird, eben auch für IoT, da wohl wesentlich länger Unterstützung kriegen wird. Ja, ich denke allerdings auch, das wird wesentlich teurer. Trotzdem freue ich mich drauf und ich hoffe mal, dass ich das dann auch bekommen werde zu einem akzeptablen Preis. Bin mal gespannt drauf. Ja, UWB ist dann auch mit an Bord anscheinend. Die FCC, da werden die Dinge als erstes zugelassen. Da stand was drin in dieser Richtung. Das heißt, das Ultra-Breitband wird eigentlich fast gar nicht genutzt. In der IoT kennst du vielleicht, wenn du deinen Schlüssel vom Auto hast und du da näher kommst, das dann automatische Tür öffnet und so weiter und so fort. Also da könnte man auch wesentlich mehr mitmachen. Bin mal gespannt, ob da mehr passieren wird. Denn es wird auch eine neue Version geben. Schau mal hier von eben diesen Smart Tags und die Galaxy Smart Tags der zweiten Generation dann da. Und die werden wohl auch Ultra-Wideband bekommen. Also wird dann auch irgendwann hoffentlich mal mehr eine Rolle spielen. Ja, und wenn du eine Fibit-Eigen nennst, ja, Google hat das ja übernommen. Da wird es dann wohl so sein, dass du spätestens ab 2025 definitiv ein Google-Konto brauchst. Alle, die jetzt dann neu kaufen, brauchen das ja sowieso. So, und wenn wir von einem großen zum anderen springen, dann machen wir doch mal die Amazon-Quasselbüchsen noch mal ganz kurz. Da ist es wohl so, dass es wohl arge Problemchen gibt mit Minderjährigen und dem Datenschutz. Das ist natürlich sowieso immer so ein kleines Problemchen. Und da hat wohl Amazon ein paar Daten zu viel gesammelt. Und ja, wird da wohl jetzt möglicherweise eine Riesenklage kriegen. Und das kann dann schon reichlich ins Geld gehen. Das ist auch wirklich schwierig, das Thema. Das gebe ich natürlich zu. Und vor allen Dingen, natürlich muss eigentlich auch die Eltern wissen, was sie da tun, wenn so ein Gerät entsprechend im Kinderzimmer ist. Aber natürlich muss auch die App entsprechendes unterstützen. Auch ganz klar. Eine weitere schlechte Nachricht ist für die, dass UK wohl anscheinend gerade die Übernahme von iRobot prüfen möchte. Das heißt wohl, ja, kartellrechtlich, wie auch immer. Also gibt es wohl da auch ein paar Problemchen. Denn Amazon wollte das ja übernehmen. Das könnte vielleicht jetzt auch problematisch werden. Eine gute Nachricht gibt es für die HOME-Nutzer. Das heißt mit den zwei Es hinten dran. Influx DB kennst du vielleicht, wenn du Statistiken machst mit Grafana zum Beispiel. Und da gibt es jetzt wohl eine Eigenentwicklung. Astara DB heißt das, glaube ich, das Teil. Und alles, was ich so gelesen habe, scheint das wohl bis zu 30% Geschwindigkeitszuwachs gegeben zu haben. Also da muss ich dann wirklich mal ein Däumchen nach oben geben. Also eine schöne Nachricht für euch alle, die das Ding da draußen haben. Und apropos Geschwindigkeit. Wenn du den hast, den findest du auch in meiner Bibliothek. Das ist der HOME-Button. Und der hat jetzt auch nochmal an Geschwindigkeit zugelegt mit dem neuesten Update. Da kann man wirklich nicht klagen. Da klickt man hier drauf und du siehst hinter mir geht das Licht entsprechend ratzfatz an. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Funktioniert jetzt das 1a, findest du, wie gesagt, den Testbericht dann auch bei mir in der Bibliothek. Das nächste, was ich versprochen habe, ist noch so ein super Knaller, finde ich. Wenn du Nuki am Start hast, schau einfach mal hier. Denn die beste Nachricht, finde ich, da ist jetzt die MQDT-Unterstützung. Also auch da tut sich noch so einiges von mir. Deswegen ein Däumchen nach oben. Dann Switchboard habe ich dir auch erst vor kurzem nochmal näher gebracht. Vor allen Dingen natürlich diesen Matterhub hier. Der ja wirklich relativ gut funktioniert. Und jetzt gibt es da noch was dazu. Denn es gibt noch so einen Outdoor-Meter, den man dann jetzt wohl vorbestellen kann. Das heißt dann für den Außenbereich zertifiziert, auch relativ günstig mit knapp 20 pro Sensor. Also da kann man nicht klagen und ich hoffe mal, den habe ich vielleicht sogar bis zu den nächsten News dann entsprechend hier vor Ort. Ja, nachdem für den einen der anderen Eve etc. nicht in Frage kommt und du sowieso keinen Bock auf Matter hast. Und bei Onvis habe ich ja zum Beispiel noch die Bluetooth-Sensoren hier. Und der CT3, der ja Dread-fähig ist bei Onvis, der ist ja relativ günstig. Und auch da gab es jetzt ein Update dazu. Also schau dir den vielleicht mal an. Ja, der IKEA Winstrieger oder wie der jetzt auch immer heißt, der ist ja jetzt in den ganzen Läden vorhanden. Kannst du also dann kaufen. Ist ja wirklich super einbindbar. Das einzige ist Wok, was nicht übertragen wird in dein Smart Home. Da ist es einfach so, dass er das dann nur anzeigt. Aber ansonsten sind natürlich wirklich viele, viele Werte, die du dann da in dein Smart Home bekommst. Aber IKEA hat auch was abgekündigt. Und das finde ich natürlich wieder so. Hm, oha. Gibt es da vielleicht demnächst eine zweite Version eben davon? Von diesem Kadri oder wie der heißt? Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall weiß ich eines. Es gibt viele User, die sich über das Ding beschwert haben. Da gab es wohl doch das ein oder andere Problem. Und die sind jetzt wohl dann im Abverkauf. Naja, ob du dann das Ding dann kaufen möchtest, wenn es denn sowieso zu so vielen Problemen kommt. Ich weiß nicht. Goofy hat auch wieder ein paar neue Sachen in petto. Zum Beispiel einen neuen LED-Stripe, den du dann bei deinem Schreibtisch drumrum machen kannst. Da bin ich allerdings wirklich nicht so sicher, ob der dann wirklich so toll hält. Ja, muss jeder für sich wissen. Und es gibt ja neue LED-Spots. Die sehen meinen Inner-Spots eigentlich relativ ähnlich, muss ich mal sagen. Aber aufpassen, immer im Hinterkopf behalten. Goofy ist WLAN-Zeug. Ja, und es gibt zwar eine API, die du nutzen kannst. Aber diese API hat immer nur eine Anzahl an Zugriffen, die dir pro Tag erlaubt sind. Ergo, wenn du ganz viele Geräte hast, kann es dir irgendwann passieren, dass die vielleicht dann nicht mehr gesteuert werden können, wenn du eben ganz viele Aktionen am Tag damit machst. Zum Schluss noch ein bisschen Home Assistant Stuff. Und zwar HomeSeer zum Beispiel. Ich selber nutze auch Z-Wave Produkte. Und ja, die sind jetzt halt auch Partner geworden. Und die haben ja ein wirklich tolles Produkt am Start. Das heißt ja, Remote eben nicht nur ein Stick, den du, keine Ahnung, in deinen Raspberry einsteckst, sondern eben Remote so ein Stick irgendwo hin platzieren kannst, auf gut Deutsch. Und damit betreiben kannst. Für den einen oder anderen interessant natürlich, der eben sein Smart Home System im Keller betreibt. Und natürlich oben entsprechend dann seine Geräte betreiben möchte. Klar könnte man das auch machen, indem man wieder zwei, drei Plugs irgendwo hin platziert, um das Signal entsprechend zu routen. Aber auch das ist natürlich begrenzt, das Routing. Und dann ist das natürlich wesentlich cooler, wenn sowas natürlich dann, keine Ahnung, im Erdgeschoss von einem Haus steht. Ja, beim letzten Update gab es ja so der eine oder andere, der ein bisschen gemotzt hatte. Vor allen Dingen natürlich, was die Datenbank betrifft. Und wenn du da MariaDB zum Beispiel benutzt hast, kann es sehr, sehr lange gedauert haben, wenn deine Datenbank groß war, bis das dann bewerkstellig wurde. Der eine oder andere war da sogar auch ein bisschen ungeduldig. Man hat gedacht, es geht nicht weiter. Und ja, da gab es dann auch einen Fix, der dann beim sogenannten Deadlock, wenn sie es aufgehangen hat, entsprechend das Ganze wieder fortgeführt hat. Also auch da sind so die einen oder anderen Fixes passiert. Viele anderen Dinge allerdings, die ich gesehen habe, die angemeckert wurden, die waren in den Breaking Changes. Also nochmal von meiner Seite die Empfehlung, entweder nicht direkt updaten, ein paar Tage warten, ist sowieso empfehlenswert. Lass das lieber mich und die anderen Kollegen machen und schau dann gerne zu, was denn an schlimmen Dingen passiert ist. Oder schau dir wenigstens die Breaking Changes an. Das ist natürlich über einen Haufen, das gebe ich zu. Und dann noch für alle, die eben Shelly Produkte der Generation 1 am Start hatten. Denn ja, die werden auch noch gepflegt. Also schon mal eine gute Nachricht für alle. Schau einfach mal hier. Da siehst du zum Beispiel, dass der Eco Mode gefixt wurde. Und zum Beispiel natürlich auch hier DIMMA 1.2, den ich gerade hier hatte. Nach einem Factory Reset, dass hier die Wi-Fi Settings noch da waren. Und vieles, vieles mehr. Also das ist doch schon mal auch eine schöne Sache. So, und das soll es gewesen sein für heute. Am Wochenende gibt es natürlich wieder einen Testbericht. Also freue ich mich auch ganz besonders, wenn du wieder mit dabei bist. Heute Abend im Discord könnte ein Problem werden, weil ich noch einen Termin habe. Einfach mal vorbeischauen. Sind auch trotzdem andere nette Leute auf jeden Fall mit am Start. Das soll es gewesen sein von mir. Gerne ein Däumchen, Kommentare und natürlich gerne ein Abo und die Glocke. Und ich sage so long. Bis demnächst. Ciao, ciao. Ojejo. und ich kann jetzt nur hoffen, dass es jetzt trotzdem halbwegs geklappt hat.